Klappt, ich habe eine GTX 970 drin. Ja. Geht das noch höher? Nee. Okay, wenn, muss ich es einfach nochmal runterstellen. Ja. Spielen. Jo. Mal schauen, was uns gleich erwartet bei Beginn dieses Story-Modus. Ja, ich will diese behalten. Sehr cool. Ja, und vielleicht finde ich nochmal ein paar Mitspieler, die mit mir das Spiel online spielen wollen. Also, vielleicht finde ich da noch ein paar Kumpels, die das Spiel jetzt auch haben. Ich weiß es nicht. Ich habe mich wirklich kein bisschen informiert. Ich habe nur gemerkt, ah.